Herzlich willkommen auf unserem Kanal Pflege Relevant. Wir erklären dir die wichtigsten Themen rund um den Pflegeberuf. In unserem heutigen Video stellen wir dir das ABEDL Strukturmodell von Monika Krohwinkel vor. Beginnen wir hier. Wofür steht die Abkürzung ABEDL? ABEDL steht für Aktivitäten, Beziehung und existenzielle Erfahrung des Lebens. Es handelt sich dabei um ein in der Praxis häufig verwendetes Modell, welches dazu verwendet wird, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Ressourcen von zu pflegenden Menschen zu erfassen und den individuellen Pflegebedarf eines Menschen einzuschätzen und so mögliche Schwerpunkte und Pflegeprobleme zu identifizieren. Wie ist das ABEDL Strukturmodell entstanden? Die Grundlagen des ABEDL Strukturmodells beginnen bereits mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide von Maslow, in welcher die Bedürfnisse der Menschen hierarchisch aufgelistet in einer Pyramide dargestellt werden. Auf der Grundlage der Maslow'schen Bedürfnispyramide entwickelte die US-amerikanische Pflegetheorikerin Virginia Henderson 1966 ihre Theorie der 14 Grundbedürfnisse des Menschen, um die Bedürfnisse von Menschen strukturiert einzuschätzen. Durch diese strukturierte Vorgehensweise legte Henderson den Grundstein für die heutige prozessorientierte Pflege, bei der Bedarfe von Menschen gezielt, analytisch und fachlich eingeschätzt werden. Die britischen Pflegewissenschaftler Roper, Logan und Tierney entwickelten in den 70er und 80er Jahren die Lebensaktivitäten, welches auch als RLT-Pflegemodell bekannt ist. Im Gegensatz zu Henderson, bei der die 14 Grundbedürfnisse im Vordergrund standen, wird in dieser Theorie die Rolle der zu pflegenden Menschen betont und der Mensch als aktives Wesen angesehen. Danach ist lediglich bei Einschränkungen in den Bereichen von zwölf Lebensaktivitäten die Hilfe durch Pflege erforderlich. Eine Schweizer Ordensschwester und Pflegewissenschaftlerin entwickelt in Bezug darauf in den 80er Jahren die Aktivitäten des täglichen Lebens, ATLs, und benennt hier ebenfalls zwölf Bereiche, welche heutzutage noch Anwendungen bei der Pflegeplanung finden und den zwölf Lebensaktivitäten sehr ähneln. 1993 erweitert Monika Grohwinkel, eine deutsche Pflegewissenschaftlerin, die zwölf Lebensaktivitäten von Roper, Logan und Törney um die Bereiche existenzielle Erfahrung und entwickelt daraus zunächst die 13 Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des Lebens, AEDL. In einer weiteren Überarbeitung fügt Grohwinkel noch die zwischenmenschlichen Beziehungen zu und kommt zum ABEDL-Strukturmodell, welches ebenfalls 13 Bereiche umfasst. Wie du siehst, existieren mehrere Ansätze, um die Bedürfnisse von zu pflegenden Menschen einzuschätzen. Diese ähneln sich inhaltlich sehr und wurden im Laufe der Zeit von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen weiterentwickelt. Wie ist das ABEDL-Strukturmodell aufgebaut? Wie wir bereits gelernt haben, ist das ABEDL-Strukturmodell historisch gewachsen. Grohwinkel hat das Ursprungsmodell der Lebensaktivitäten weiter unterteilt und um die existenziellen Erfahrungen und die zwischenmenschlichen Beziehungen erweitert. Aus der Namensgebung lassen sich schon drei wesentliche Kategorien ableiten. Aktivitäten, Beziehungen und existenzielle Erfahrungen. Nach Grohwinkel hängen Gesundheits-, Krankheits-, Lebens- und Entwicklungsprozesse von der Fähigkeit eines Menschen ab, Lebensaktivitäten umzusetzen, soziale Beziehungen zu sichern und zu gestalten und mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umzugehen. Grohwinkel teilt die Aktivitäten in 13 Bereiche, in denen Fähigkeiten und Ressourcen genannt werden, die zum Wohlbefinden eines Menschen und zur Befriedigung von individuellen menschlichen Bedürfnissen dienen. Es geht also in allen Bereichen auch darum, die individuellen Wünsche und Präferenzen des zu pflegenden Menschen zu erfassen und diese in der Pflegeplanung und Durchführung zu berücksichtigen. Pflegeinterventionen basieren auf einer umfassenden Beurteilung der Fähigkeiten und Bedürfnisse der zu pflegenden Menschen in Bezug auf diese Aktivitäten. Gibt es Einschränkungen in einem der Bereiche, kann dies auf ein Pflegeproblem hinweisen. Was sind die 13 Bereiche des ABEDL-Strukturmodells? ABEDL 1 – Kommunizieren können Die erste Kategorie nach Grohwinkel lautet Kommunizieren können. Die Benennung der Kategorie ist ein wenig irreführend, denn es geht um weit mehr als die verbale Kommunikation. Was braucht ein Mensch, um kommunizieren zu können? Er braucht Orientierung in Bezug auf seine Person, Zeit und Raum. Er braucht verbale und nonverbale Sprache und sollte diese verstehen können, also Unterhaltung führen, Briefe lesen, Gestiken und Mimiken erkennen. Er benötigt Sinneswahrnehmung, um seine Umgebung zu erkennen und wahrzunehmen, hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken. Er benötigt Erinnerungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit. Ebenso zählen Hilfsmittel wie Brillen, Hörgeräte und weitere in diese Kategorie. Ein Pflegeproblem wäre beispielsweise Verständnisprobleme aufgrund einer fremden Muttersprache oder Konzentrationsstörungen aufgrund einer Depression. Auch eine Sehfeldstörung aufgrund einer Augenerkrankung würde in diesen Bereich fallen. ABEDL2 – Sich bewegen können Dazu zählt Beweglichkeit. Kann sich der Mensch eigenständig innerhalb und außerhalb des Bettes bewegen. Kann er also Positionswechsel durchführen, sitzen, aufstehen, liegen, gehen, Treppensteigen. Gibt es Lähmungen oder Spastiken, welche die Beweglichkeit einschränken? Gleichgewicht. Kann der Mensch sein Gleichgewicht halten, also hat er keine Gleichgewichtsstörung oder Gangunsicherheiten. Ein Pflegeproblem wäre die eingeschränkte Beweglichkeit bedingt, zum Beispiel durch einen erhöhten BMI oder bedingt durch eine Hüftoperation. ABEDL3 – Vitale Funktionen des Körpers aufrechterhalten können In ABEDL3 wird die Fähigkeit betrachtet, physiologische Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Dies betrifft die Atmung. Sind Atemstörungen, Husten oder Atemwegsinfekte vorhanden? Die Kreislaufregulation. Wie ist der Blutdruck, Puls, Durchblutung? Und Stoffwechselvorgänge. Ist der Blutzucker normal, ist die Flüssigkeitsbrillanz ausreichend. Sowie die Temperaturregulierung. Körpertemperatur, Fieber, Schwitzen oder Frieren. Infektionen und Komplikationen vorzubeugen, dient auch der Aufrechterhaltung der physiologischen Körperfunktion. So haben alle Prophylaxen das Ziel, die vitalen physiologischen Funktionen des Körpers aufrechtzuerhalten, also eine Dekubitus, Pneumonie, Sturz, Infektions- oder Thromboseprophylaxe. Ein Beispiel für ein Pflegeproblem wäre eine erschwerte Atmung aufgrund eines Atemwegsinfektes. Ein weiteres Pflegeproblem, welches ihr in dieser Kategorie bei sehr vielen Patienten aufführen könnt, ist eine erhöhte Infektionsgefahr aufgrund eines venösen Zugangs. ABEDL4 – Sich pflegen können. Wie der Name schon sagt, geht es hier um die Selbstpflege des eigenen Körpers. Dazu zählt die Körperpflege. Also fähig und motiviert zu sein, sich selbstständig zu waschen und pflegen zu können. Sich selbstständig waschen und pflegen können, bezieht sich auf alle Bereiche des Körpers, beispielsweise also auch auf die Mundpflege oder Haarpflege, Nagelflege etc. Für die Pflege besonders relevant ist natürlich der Hautzustand. So zählt die Hautpflege ebenso dazu. Gibt es Hautschäden wie Rötung, Ödeme, Verletzung, Schwellung, Allergien oder sonstige Hautinfektionen. Ein Pflegeproblem aus diesem Bereich wäre beispielsweise eine Hautrötung am Steißbein oder die Unfähigkeit, sich alleine zu waschen, beispielsweise aufgrund eines Gipses. ABEDL5 – Essen und trinken können. Hierzu zählen der allgemeine Ernährungszustand des zu pflegenden Menschen. Ist dieser ausreichend genährt, wie lautet sein WMI, sind Mangelerscheinungen erkennbar und wie ist der Elektrolysehaushalt? Wie ist die Kostform des zu pflegenden Menschen? Benötigt er passierte Kost, Diätkost, Sondennahrung oder sind Unverträglichkeiten bekannt? Es gilt individuelle und ausgewogene Essgewohnheiten zu unterstützen. Wie ist die Trinkmenge und die Nahrungsaufnahme? Dies kann beispielsweise durch Bilanzierung festgehalten werden. Wie ist der Zahnstatus? Trägt er eine Zahnprothese, ist ihm das Kauen möglich. Kann der zu pflegende Mensch selbstständig essen oder benötigt er Hilfsmittel? Anreichen von Essen, spezielles Besteck oder ist eine Schluckstörung bekannt? Probleme in diesem Bereich können zum Beispiel eine unzureichende Nahrungsaufnahme sein, beispielsweise durch eine Magen-OP bedingt oder das Erbrechen von Nahrung aufgrund von Unverträglichkeiten. ABEDL6 – Ausscheiden können. Wie ist die Kontinenz? Ist der zu pflegende Mensch inkontinent? Wie ist die Urinausscheidung? Menge, Farbe und Frequenz. Gibt es Miktionsstörungen oder muss nachts auf Toilette gegangen werden? Wie ist die Stuhlausscheidung? Diarrhoe, Obstipation, Menge, Farbe und Frequenz. Benötigt der zu pflegende Mensch Hilfe zur Förderung der Kontinenz? Geeignete Hilfsmittel sind das Toilettentraining, Inkontinenzmaterial oder erhöhte Toilettensitze. Ein Beispiel für ein Problem wäre ein zu pflegender Mensch, der aufgrund einer Bettlägerigkeit eine Urinflasche oder ein Steckbecken benötigt. ABEDL7 – Sich kleiden können. Wie ist die Kleidungsauswahl des Menschen? Hat er bestimmte Vorlieben? Ist Kleidung verfügbar? Gibt es passende, saubere Kleidungsauswahl für den Tag sowie die Nacht? Oder benötigt er Hilfe bei der Auswahl und Zusammenstellung? An- oder Auskleiden? Ist dies selbstständig und vernunftsgemäß möglich? Ein Problem ist beispielsweise ein zu pflegender Mensch, der keine saubere Kleidung im Krankenhaus zur Verfügung hat. Oder ein Mensch, der ohne Hilfe seine Kleidung nicht selbstständig wechseln kann, aufgrund einer Einschränkung der Mobilität. ABEDL8 – Ruhen und schlafen können. Hier betrachten wir den physiologischen Schlaf-Wach-Rhythmus eines Menschen. Wie ist sein Schlaf-Rhythmus? Gibt es einen Tag-Nacht-Rhythmus? Wie ist die Schlafqualität? Ist der Schlaf erholsam? Die Schlafdauer gut? Sind Schlafstörungen vorhanden? Einschlaf- oder Durchschlafstörungen? Fühlt sich der Mensch erholt nach dem Schlaf? Oder gibt es sonstige Störungen, zum Beispiel Schnarchen, Schlafapnoe oder den Einfluss von Medikamenten? Ruhephasen – Kann der Mensch zur Ruhe kommen und sich dabei erholen? Wie sind die Schlafgewohnheiten? Gibt es spezielle Rituale oder Vorlieben? Ein Problem könnte hier beispielsweise Schlafstörungen ausgelöst durch hohe Stressbelastung oder durch die ungewohnte Umgebung im Krankenhaus sein. Oder auch bei Depressionserkrankungen treten häufig Schlafstörungen auf. ABEDL9 – Sich beschäftigen können. Ist der zu pflegende Mensch in der Lage, sich selbstständig aktiv zu beschäftigen? Dazu zählen? Kann er Hobbys und Interessen nachgehen? Wie sieht seine Tagesgestaltung aus? Das heißt, kann er seinen Tag aktiv ausgestalten oder liegt er viel im Bett und ist rückzügig? Welchen Aktivitäten geht der Mensch nach? Kann er alleine Aktivitäten nachgehen und mit anderen Menschen wie Freunden, Angehörigen oder Therapeuten? Ein Beispiel für ein mögliches Pflegeproblem ist die Rückzügigkeit, beispielsweise ausgelöst durch eine gedrückte Stimmungslage und fehlenden Antrieb. Oder ein Mensch, der aufgrund einer Operation oder Amputation sein früheres Hobby nicht mehr ausführen kann. ABEDL10 – Sich als Mann, Frau fühlen können. In diesem Bereich geht es um die Geschlechteridentität und das Ausleben dieser Identität. Dazu zählt das Rollenverhalten. Sich also mit seiner Geschlechterrolle identifizieren und diese auszugestalten, beispielsweise durch entsprechende Kleidung, Verhaltensweisen oder Kosmetik. Die Sexualität – persönliche Vorstellungen der Sexualität ausleben zu können. Das Körpergefühl – hierzu zählen, das Selbstwertgefühl und Scham. Sowie die Intimsphäre – Nähe und Distanz zu wahren. Ein Beispiel für ein Pflegeproblem könnten Angst eines Menschen vor Ausgrenzung aufgrund einer Homosexualität oder Transsexualität sein oder die Selbstwertbelastung einer Frau, sich weiterhin weiblich zu fühlen bei Haarausfall durch eine Chemotherapie. ABEDL11 – Für Sicherheit in der Umgebung sorgen können. In diesem Bereich zählen Orientierungshilfen, wie beispielsweise Beschilderung, Uhren oder Tageszeitung. Tagesstruktur – Auch eine Tagesstruktur gibt Sichterheit und Orientierung durch wiederkehrende Abläufe. Die Ausstattung von Räumen – Gibt es Handläufe, Wettgitter etc. Keine Stolperfallen oder Gefahrenquellen, also eine physische Sicherheit. Auch eine psychische Sicherheit gehört dazu, also dem Menschen Vertrauen zu vermitteln. Ein Beispiel für ein Pflegeproblem aus diesem Bereich wäre eine erhöhte Sturzgefahr durch unzureichende Ausstattung eines Pflegezimmers. ABEDL12 – Soziale Bereiche des Lebens sichern können. Beziehung – Wie ist die Beziehungsfähigkeit des Menschen? Kann dieser Beziehung führen und aufrechterhalten und ist er integriert in soziale Systeme, wie Familie, Freunde, Arbeitskollegen oder auch dem Pflegepersonal? Wie ist das Sozialverhalten? Gibt es Konflikte in Beziehungen? Lassen diese sich durch den Menschen vermeiden oder auflösen? Welche sozialen Verpflichtungen hat der Mensch? Zum Beispiel Beruf, Post, Verträge, Haus oder Wohnung kann er Sorge tragen für Freunde, Lebenspartner und weitere Bezugspersonen. Ein Beispiel für ein Pflegeproblem könnte das Gefühl von Einsamkeit aufgrund von fehlendem Kontakt zu Bezugspersonen sein, beispielsweise bei einem geflüchteten Menschen oder einem alten Menschen im Pflegeheim. ABEDL13 – Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können. Die letzte Kategorie, welche sich auch im Namen der ABEDLs wiederfindet. Hierzu zählen, existenzfördernde Erfahrungen zu machen. Das heißt, gibt es Zuversicht und Freude auf die Zukunft, das Gefühl von Hoffnung, Vertrauen und Sicherheit, hat der Mensch ein Wohlbefinden, sieht er Aufgaben und einen Sinn im Leben. Mit belastenden und gefährdenden Erfahrungen des Lebens umgehen zu können. Gibt es Verlust von Unabhängigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Sterben, Sorge und Angst und kann dieser Mensch mit diesen gefährdenden Erfahrungen umgehen oder benötigt er Hilfe? Erfahrungen, die die Existenz fördern oder gefährden können. Das heißt, der Mensch darf seine Weltanschauung ausleben, Glaube und Religion ausüben, uns lebensgeschichtliche Erfahrungen einbringen. Als Pflegeperson sollten wir tolerant gegenüber individuellen Lebenskonzepten sein. Der Umgang mit dem Verlust eines geliebten Menschen oder die Verarbeitung einer schwerwiegenden Krankheitsdiagnose sind Beispiele, welche in diesem Bereich zu Pflegeproblemen führen können. Geschafft! Du kennst jetzt die 13 ABEDLs und Beispiele dazu. Abschließend noch hilfreiche Tipps. Es ist nicht nur eine Abarbeitung wie in einer Checkliste, sondern soll als Prozess verstanden werden, gemeinsam mit dem zu pflegenden Menschen einen Plan zu entwickeln. Dabei gibt es keine hierarchische Struktur unter den ABEDLs und viele Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen. Du solltest deshalb nichts auf die Goldwaage legen. Es gibt viele Pflegeprobleme, welche in verschiedenen Bereichen richtig sind. Beispielsweise beeinträchtigt ein gebrochenes Bein gleich mehrere Bereiche. Bei Krohwinkel sind der jeweilige Mensch und die spezielle Umgebung sehr wichtig, um die ABEDLs einschätzen zu können. Schreib dir schon während deiner Ausbildung Pflegeprobleme aus den unterschiedlichen Kategorien raus. Zwar sollen Pflegeprobleme stets individuell auf den Patienten abgestimmt sein, aber bestimmte Situationen führen häufig zu ähnlichen Einschränkungen und Pflegeproblemen. Es geht hier viel um Erfahrung und Wiederholung und nicht um einen tieferen oder komplizierteren Sinn hinter den 13 ABEDLs. Und jetzt viel Erfolg bei der Pflegeplanung. Wir von Pflegerelevant bedanken uns für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir noch viel Erfolg beim Lernen. Möge die Pflege mit dir sein. Wenn du uns unterstützen möchtest, lass uns gerne ein Abo da. Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.